Das ist nun der andere, der hintere Teil, das ähm, ganz schlechtes. Hier gibt es neue Autos, hauptsächlich von Renault. Da stehen noch ein paar Ports. Und hier steht so ein kleiner, dieser Pick-up, der mir auch zeigen würde. Und hier, Trinko. Da habt ihr. Und da sind Renault 8. Ja, akşam uyuma, da akşam wir görüben. Ok. Und da ist schon noch nicht das. Aber das ist... Aber das wäre so was wir tun. Die sind ja hier. Und hier ist schon ein paar Ports. Das ist gut. Tja, ihr seid ja nicht. Tja. Pfff. Pfff. Ich gebe Handgemachte, etwa Leerbahn.